Das letzte Mal, so könnte man das auch übernehmen. Da macht man noch irgendwie einen Hennesch-Aspach da drunter. Tut das nur oder tut das nicht? Bisschen schwach, wa? Nö, genau richtig. Echt? Ja, das Fühlen wird nachher bisschen eng. Das ist doch der Effeltrumm von Paris. Jetzt können wir das Handy hacken. Da habe ich kein Zeug mehr ausfüllen, dass das eigentlich nicht mehr ganz aus ist, was alle reinmachen. Das kriegen wir eben nicht. Das ist ein Zeugfinger. 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 Schöne Schwarz Das ist Verstänger, das ist vor allem Sonne, sehr kritisch. Man sieht ja gar nichts von den Bienen-Heinis. Man sieht ja gar nichts von oben.